Während alle aus der Community darüber diskutieren, ob Bibi irgendwas mit der Trennung zu tun hat, passiert vor unseren Augen eine Menge zwischen Julienko und Tanja. Vor ein paar Tagen gab es dann die Schocknachricht. Tanja und Julienko sind nicht mehr ein Liebespaar. Sie geben ihre Trennung bekannt und flüchten erst einmal in den Urlaub. Für eine kurze Zeit waren beide Influencer offline. Doch plötzlich taucht Bibi wieder auf. Ein Zufall? Die Community ist sich ziemlich sicher. Irgendwas passt da nicht. Doch dabei hat Bibi nichts mit der Trennung zu tun. Ein paar Tage waren Julienko und Tanja ruhig. Doch wer gut aufpasst, entdeckt immer wieder kleine versteckte Botschaften. Erst der kleine Hilfeschrei von Tanja. Und dann die weißen Herze, die sie posten. Ein Zeichen, dass sie immer füreinander machen. Ob sie heimlich miteinander über alles geredet haben und wieder zusammenkommen? Bis heute ist der Trennungsgrund nicht bekannt. Eventuell haben sie einfach nur Zeit für sich gebraucht. Wie geht's dir denn gerade? Nicht gut, nee. Aber ich glaube, die Folge ist jetzt ganz cool. Dann lenken wir uns ein bisschen ab und sprechen ein bisschen, quatschen ein bisschen. Ich werde dich auf jeden Fall gut ablenken.